So Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Let's Play, heute mit dem... Ja genau, danke. Unser Späger, mit Benni, dann haben wir noch den Razer Games, den Kasteim, und den Kevin, der jetzt aber nur im Teamspeak ist, weil sein GTA nicht funktioniert. Es ist gerade etwas nebelig. Perfekt zum Fliegen heute, dieser Tag, schönes Wetter, zum Fliegen, perfekt ausgesucht. Perfektes Flugbetter. Ich weiß jetzt doch immer nicht, danke, ihr weiß jetzt doch immer nicht, was wir wirklich machen, also dann müsst ihr erklären, was wir machen. Scheiße, würde ich sagen. Ja. Ja, ihr folgt mir einfach alle mal. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir stehen jetzt schon seit 20 Minuten lang auf Startposition, und es hat nichts angefangen zu nebeln, jetzt haben wir gerade aufgenommen und jetzt bin natürlich der Nebel. Ist so geil. Ja, aber ich habe schon lange nicht mehr so einen dichten Nebel gesehen jetzt gerade. Ja, dann start feiern, sonst ziehe ich jetzt einfach alles vorbei. Ja, ich weiß doch immer nicht, was wir machen können. Ja, folgt mir einfach. Hör auf mit den Dingern zu schießen, die Lenken ab, weil du flimmst in voll, wenn du da reinguckst. Hast du noch nicht abheben? Okay. Ja. Nein, du musst dich nicht abheben, du kannst noch weiterfahren, wenn du willst. Die Stimme ist, ich sehe kaum was, weißt du? Als, als ich sehe den Vordermann auch nur noch, und dann ist das schwierig. Oh mein Gott, das ist... Ich bin nicht toll in deiner Reihe. Weil man einfach nicht zieht. Das ist doch voll wie so eine Mondreise, weil man sieht einfach nichts. Ein Mondreis? Ich weiß nicht. Ach, das war eine tolle Beschreibung. Ja, eine tolle Beschreibung. Okay, wir müssen so fliegen. Information. Und... Alter, was macht mich? Ich weiß nicht, wer oben wohnt. Einfach alles so blau ist, er zieht wieder was. Ja, jetzt nicht mehr. Und ihr seid halt Tor in einer Reihe geflogen, ich mein, du hast Benni überhaupt nicht. Ja, ja. Passiert halt, ja, ja. Hier drüben sieht man ein bisschen besser. Nein! Ihr wärst, wenn wir etwas höher fliegen gehen, damit wir besser sehen können. Also ich glaube, unsere Flugkünstler sind noch verbesserbar, sagen wir es mal so. Verbesserbar. Neues Wort. Verbesserbar. Verbesserbar. Du, äh, Leute, wir haben Benni voll, oder? Verbesserlich, oder? Wir machen Verbesserbar. Okay, da waren es nur noch drei. Ne, wir müssen noch mal zurück zum Flughafen wieder. Nein, Benni haben wir einfach abgehängt. Echt? Ich bitte nochmal zurück zum Flughafen. Was hast du gemacht? Mein Spiel ist auf jeden Fall rausgesprungen aus dem Flugzeug. Oh mein Gott, okay, wir machen einmal Drehungen. Ja, Drehungen, die meisten zieht von der Drehung. Und Benni, das haut alles, ey, das geht gar nicht. Hilfe. Ich weiß nicht, oh, jetzt. Der ist richtig rum, ja. Ne, Hilfe, ich blicke irgendwie. Also wir zurück zu Flughafen, da muss ich euch nicht folgen. Ah, der, wie krass es aussieht, links und rechts, Zeuge. Ich will ja nicht posen. Ja gut, aber immerhin glaube ich, der Nebel geht etwas weg. Nein, überhaupt nicht. Das ist nur, wenn du weiter oben fliegst. Ach so, dann sieht das wohl nur so bei mir aus, okay. Boah, sieht das geil aus. Richtig die geile Landschaft, warte mal, ich mach hier eine Aufnahme. Guck mal auf die Stadt, wie krass das aussieht, Alter. Ja, mein ich, ja. Dieser Unschärbe-Effekt irgendwie. Dieses, dieses Nebel liege da mit dem, mit der Sonne da rein, irgendwie richtig geil. Du kannst das beschreiben. Nebel da, in der Sonne rein. Alter, ich hab die besten Beschreibungen. Wo fahren sie denn hin? Irgendwo, wo ganz viel schönes Nebel ist. Wir haben am Passagier verloren, oder wir haben am Passagier verloren. Huston, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Oh, fang, ich seh jemanden. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Jeder ist ein Rieselrad. Rieselrad? Ist das Rieselrad in Ruhe? Kann ich das dafür? Hilfe. Ich hab da Landebahn, weil ich seh nichts. Egal, ich lande. Wir landen einfach alle jetzt. Auch wo denn? Auf dem Strand oder? Wer auf der Landebahn? Wosonst? Weil ich seh kaum was. Ich stürze, glaube ich, fast ab hier. Oh mein Gott. Glaube. Okay, ich fahre mit first person. Bist du? Oh mein Gott, da bist du. Wer soll nur, glaube ich, nicht crashen? Ich hol mal einen Lied, Benni ab. Ich seh doch selber auch nichts. Weißt du, wir machen einmal eine Aufnahme, wo wir fliegen wollen und dann kommt dieser Nebel. Ich weiß ja auch noch viel, ey. Ich hab noch nie so einen dichten Nebel in GTA gesehen. Ohne Witz. Das ist das erste Mal. Oh mein Gott, wir werden... Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Benni! Ich tausche das Ding und war... Ich bremsen! Achtung! Oh mein Gott. Ja, ich bin ausgewichen, danke dir. Oh, danke schön. Bitte. Immer wieder gern. Höhe, bitte. Oh mein Gott, ist das hier schön ohne Nebel. Oh, die shit. Oh Gott. Ich glaube, ich muss nochmal meine Flugkünste etwas verbessern. Was wollt ihr für einen Stunt machen, bitte? Ich hatte eigentlich vor zum... Ich hatte eigentlich vor zum Militärbase, aber nein. Wie wäre es, wie wäre es denn, wie würde ich alle gleichzeitig die Militärbase einbringen? So richtig. Stylemäßig. So hintereinander. So schnell wie möglich. Nein, nein, das ist nicht gut. Doch, das ist gut. Nein, 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 das ist nicht gut. Das ist nur, weil du kein Insider bist. Gut. Militärbase. Ah, ihr wisst eh, wo der Tower ist, ne? Wo man rein kann, oder? Ja, ja. Das sind die mit dem roten Stuhl, da kann man rein. Die mit dem roten Stuhl. Komm, wir kommen jetzt da rein. Okay. Wollen wir auf Standardbahn einordnen? Wir haben dieses Wetter gewählt, da sie uns so nicht so schnell erkennen können. Okay, das ist scheiße. Das ist sehr taktisch. Der Gäste ist Autolicht nicht auszuschalten. Ey, wenn du mir hinten reinfährst. Ne, meint nicht. Es war so schön, ich habe eine Festplatte für die Aufnahmen. Ich muss mich nicht scheren drum. Das ist mein OBS war riesiger Teil, ey, das ist voll geil. Mein ganzer Ruderteil in Ordnung ist halt voll und ich habe aber keinen Überblick mehr, weil ich auch noch die Aufnahmen von vor drei Wochen oder so habe, wo ich eine Aufnahme habe, immer mit euch. Ich habe auch das ganze Rieselradzeug und so. Ich bin ein Junge. Schulz. Okay. Richtig dicke Ballonen. Ja. Nein. Hilfe. Oh Gott. Oh, ich bin jetzt 250 Pfund schwerer. Nein, doch nicht, kann man es mir noch nicht rein. Da muss ich rein. Ja, ich mache das zusammen, ey. Mann, jetzt komm hier! Ja, das Auto ist halt scheiße, mit dem können wir das schaffen schon, aber das ist einfach scheiße. Mann, drückst du nicht einfach so wie ich in meinem F1 und tust das einfach nachher editieren. Ich bin so anstrengend, ich möchte zeigen, was wir im Ordner haben. Mann, er ist zu faul. Merke es dir. Wir machen mal das, ja. Really, nigger. Really, nigger. Perfekt. Äh. Meine Tür ist ab. Ja, das ist mir scheißegal, meine ist noch dran, also mir kann nichts passieren. Oh, da stehen gleich zwei. Really, nigger. Und hier stehen drei. Quatsch. Seid fucking ernst. Was denn? Achso, lol. Och, Maxxin. So, muss er noch nicht in Suchflügen machen. Ich hab Mensch, ich hab voll zombie hereskortiert. Warte. Äh, 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 äh. Wir merken schon, die spielen wieder heute alles verrückt. Du bist tot, sie ist ein. Auf ihn warten wir jetzt noch, achso. Lukas, der hat, der hat wieder mal nen Kollaps gekriegt. Ja, ja. Lukas. Ah, der Herzinfarkt. Ja, der hat den Herzinfarkt. Ja, der hat den Herzinfarkt. Frag Fade, der hat mich umgefahren, der Trottel, ja. Und, äh, Pilot, der herzkrank ist, nicht, äh, fliegen darf, gell? Ich hab gehört, Piloten, die psychisch krank sind, sind gerne Piloten. Boah. Die fliegen gerne mal in die Berge. Das, das steig ich rein. Das war, das, das war, ne, das war die, ähm, das war ja die, vom Psychiater, die Empfehlung. Ja, warum fliegen sie nicht einfach mal in die Berge, ein bisschen ausreißen? Oh, Alter, das schneid ich alles rein, ey. Wieso fliegen sie nicht einfach mal in die Berge? Alter. Alter. Es soll entspannend sein. Ja, warum entspannen sie sich nicht einfach. Erlöse sie sich doch einfach mal in die Berge vielleicht. Okay. Dieses Sprichwort macht einfach jetzt... Irgendwie Sinn, weißt du? Vollsinn. Ihr weischt. Weischt. Wenn ich für das mal was ging. Der Leben ist so. Der braucht wieder zehn Stunden, bis er da ist. Ja, mit so nem Jet ist es sehr schwer zu rangieren. 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 Er ist wieder der letzte da hinten, ne? Okay, also jetzt bis wir es näher wo wir hin müssen, oder? Ja. Gut. Aber jetzt fett... Ja, ja, okay. Was machst du? Hey, danke. Was die Teufel machst du? Er überholt rechts, das ist gesetzlich nicht dein Arm. Genau. Was treibst du damit? Was macht... Ich hebe jetzt auf! Ich weiss. Ich weiss. Rangieren. Ich weiss. Sollen wir ihn einfach hinterherfliegen? Ja, komm. Nein, ich glaub der dreht. Ich glaub der was macht der da? Ich muss heute noch irgendwann ins Bett. Hey, du auch cool. Hey, komm komm, fliegen wir, fliegen wir, fliegen wir, fliegen wir. Wir fliegen einfach, okay. Soll er sich, soll er sich einfach hinten dran stellen, habe ich jetzt... Kein... Oh, fuck. Oh, fuck. Mein Flugzeug sagt, ich könnte nichts machen. Ist so viel dazu. Ja, so viel zum Thema. Ja, komm, wir kriegen das hin. Ja, komm, wir kriegen das hin. Wir, wir... Wir sagen einfach, wir sind die einzigen Überlebenden. Ja, ich komm nach. Ich komm nach. Nee, wir, wir zunderweil einfach vorne ein bisschen herumkreisen. Um, vor, zu, um. Ja, okay. Wir fliegen um die Militärbase herum, machen was so. Oder so in der Nähe von der Militärbase. Dann, dann... Ja, hör doch mal auf, Junge. Ja, nein, weil... Oder wir tun mal bei Landen. Nee, okay, das geht nur schlecht aus. Das kann ich nicht sagen. Du kannst dir denn eher nicht landen, oder was hattest du vor? Nee, nee, auf der Autobahn landen. Oh, nee, das ist nur schlechte Idee. Wenn ich hab Angst... Das geht sich schlecht aus. Pff, Penny. Hm. I don't want to pass. I don't want to pass. Ich könnt's jetzt wirklich machen, ich spreng's nämlich auch gleich weg, wenn ich das jetzt mach. Hör auf! Okay, da hinten ist die Militärbase, aber wir wollen da ja noch nicht rein. Ja, also wir fliegen jetzt ja noch ein bisschen rundherum, bis wir alle da sind. Nee, wenn jetzt... Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, das kann noch eine Weile dauern. Warte, wir können auch dabei einen Abstecher machen, zum, äh, Landeplatz von Schwabern. Warte, ich glaub, da hatten wir ihn auch. Ja, abstechen will ich jetzt alle. Wer will wen abstechen? Ich will... Ich will... Ich will sie abstechen. Wir bauen jetzt eine gigantische Hose. Was wollt ihr damit tun? Ich will sie abstechen. Fahrwerk ausfahren. First-Person-Sicht an. Wen geworden das? Mir nicht. Du kommst viel zu schnell rein. Bis dahin. Das ist mal eine Spongebung, ne? Ich, ne, passt schon. Das war eine Spongebung. Ne, wo war die Szene? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, aber ist es okay. Ich wusste nicht, diese Hose mit dem Klug, was dir in den Kopf so gut ist. War alles das bei ein Cardi? Was denn? Ja, glaub ich. Wo sie im Gefängnis waren und dann die Poch gaben und dann... Ich will sie abstechen. 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 Wir brauchen die Zeit nicht. Äh, die Hose. Maxi, wartest du schon noch? Ah, scheiß drauf. Ich kann fliegen, glaub ich. Ja, wartest du noch in den Start? Nö. Nö. Verdammtes Arsch gesehen. Okay, ich kann doch nicht fliegen. Ja, wir werden überhaupt Werbung für Fernsehsendungen machen. Ich weiß nicht, ob das so rechtlich gestattet ist. Ach, da kann man das. Du bist auch nicht rechtlich gestattet. Rechtlich gesehen darfst du darüber gar nicht sprechen, dass es nicht rechtlich gestattet ist, weil das über den Urheberrechtsverletzungen ganz oben steht. Bitte was? Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Bitte ignoriert es einfach. So, alles. Ihr braucht mal wieder 10 Stunden, ne? Ja, aber, 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 aber! Nicht! Und erst noch mal ein paar Stunden. Habt das jetzt mal? Ja, die fliegen in den Flugzeug. Ich will gar nicht erst wissen, was die da treiben. Facken. Facken. Schreiber, ey. Machst du euch? Diese Leute sind voll Trottel. Meinst du dich, oder was? Ja, ja. Lukas redet immer von sich selbst. Ja, ich spawnte hier kein Flugzeug. Ey, das gibt's doch nicht. Hol doch. Ich finde dich spawn-trappen. Hol doch. Hol doch. Die sind hinten bei Heiko und beim Helikopter. Ach, mach meinen schönen... Au. Au. Genau. Gut, während die hier warten... Mach mein schönes Flugzeug nicht kaputt. Ich hab viel dafür bezahlt. Kann man eigentlich so reinlaufen, oder geht das? Nein. 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 Racer fährt mit seinem Mini darum. Hey, wer fliegt da mit dem Titan? Das finde ich gar nicht in Ordnung. Ich finde gar nicht in Ordnung. Hey. Jetzt mal ernsthaft, ne? Wieso... Duda. Genau. Duda. Diese Flugzeuge sind behindert. Alter, was machst du? Er macht Allah-Ox. Ich hatte keine Kontrolle mehr, weil mir jemand mit einer Lenkrakete... So ein kleiner Potschner. Da, jetzt hab ich eine Flugzeuge. Ich glaube, wir werden heute nie zu unserem Tagesziel kommen. Doch, ich bin gleich da. Also, glaube ich. Außer, die haben auch nicht arg und blablablabla. Benni! Nein! Bitte nicht! Hör auf! Nein! Lass das! Du machst einen großen Fehler! Scheiße. Habt es da mal? Benni hat einen großen Fehler gemacht. Du machst die ganze Zeit einen großen Fehler. Du bist der große Fehler. Ja, endlich hat es mal geschafft, dass ihr von euch Verrückten wegkommt. Ey, dann kein Nebel. Fällt mir das jetzt auch... Was? Ey, es ist kein Nebel mehr. Ich will den abstechen. Gib mir deine Jacke, ich will sie abstechen. Gibst du mir nicht Jacke, mach ich die Schmesser. Du Opfer. Ich will jetzt nicht pushen oder so, aber... Ich merke, wir haben die Leute an der Nivea-Creme geschnüffelt. Was ist das Ding? This Company Names Nivea Makes Bad Yoghurt. Das war noch Nivea-Joghurt. Der Neger ist so geil, er frisst einfach Nivea. Ist das so geil? War das? Ja, da gibt es so einen Film, Alter. Da frisst er Nivea und da schreibt man so hin. This Company Names Nivea Makes Bad Yoghurt. So geil. Ey, seitdem sind die Chance? Was? Nein! Nicht so aus! Zieh mir schon mal was drüber. Ich will den abstechen. Ich ziehe mich schon mal so an, dass ich hier irgendwas klauen will. Ja, sehr schuld. Wir haben schlecht geschafft. Ja, wir fliegen noch ein bisschen so durch die Gegend, glaube ich. Will ich aber so, ich probiere nur zu landen. So am Landeplatz. Ich schwere, dass ich sicher nicht landen. Da kommt dann nämlich irgendwann Panzer, habe ich keine Lust zu. Kommt dann Paul Panzer? Ja, Paul Panzer kommt. Hast du gar nicht was zu früh? Hast du schon Sterne? Nein. Okay, klar, krass. Das war etwas zu früh, aber ich schaffe das schon. Das packst du schon immer. Benni, der Allah-Hu-Akba-Flieger kommt jetzt gleich zu euch. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ich glaube, ich habe ihn nicht rechtzeitig von oben kommen. Ich muss das Triebwerk ausfahren. Oh, hi, scheiße, ich habe einen Stern. Das Fahrwerk, meine ich. Das Triebwerk muss da auskommen, genau. Ja, das müsste reichen. Oh, warte, Benni, bis alle da sind. Triebwerk ausfahren, schicken wir uns. Wo fliegst du hin, Benni? Oh mein Gott, der fliegt schon instinkt in die Militärbasis. Oh nein, der fliegt schon instinkt in die Militärbasis. Oh nein, der fliegt schon instinkt in die Militärbasis. What the fuck? Oh, ich kann. Ich springe jetzt gleich ab, ne? Ich habe ein Chat, ich habe ein Chat. Macht schnell, macht schnell, ich habe schon einen. Ich springe jetzt raus. Ich gehe zum Tower. Ich gehe auch zum Tower. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe es gerade noch so geschafft, Alter. Wenn der ein Flugzeug auf mich drauffiegt, ne? Den schlage ich. Ich schlage den auch. Nein, du nicht. Nein, du nicht. Du darfst den nicht schlagen. Hä, die sind irgendwie instant gespawnt. Ich habe nie einen Schuss bekommen. Das lag an mir, denke ich mal. Bin ich irgendwie der Einzige, der das geschafft hat, einen Chat zu klauen? Oder? Ja. Cool. Ey, ich bin, oh mein Gott, ich bin gleich jetzt in den Damm verrecken. Die beschießen mich, die beschießen mich. Warte, ich weg dich. Als Dank dafür, werde ich euch jetzt abballern, ne? Also. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Oh Gott. Ich muss mir das Flugzeug da oben holen. Das ging irgendwie mächtig schief. Oh Gott. Schielt nur, ich habe nämlich gerade was zu tun. Ich muss ein Flugzeug abballern, was da oben fliegt. Komm weiter. Wir probieren wieder die gleiche Scheiße wie letztens. Schauen wir mal, ob man auf der AP kriegt, wie viel. Wir sind weit gekommen, Leute. Ja, finde ich auch. Hallo, nein, bitte steigen Sie aus. Dankeschön. Mit dem Kastenwagen willst du da reinzukommen? Ja, komm, wir, wir, wir kriegen das hin. Oh Gott, ich ja. Du bist so ein Trottel. Jetzt packt das eine ganz harte Beleidigung. Oh, nein. What the fuck? Mit dem Kastenwagen willst du das schaffen? Hab ich das bekommen? Oh mein Gott, ich hab das Spur gehabt. Oh mein Gott, Alter. Maxi, komm. Ich nenne mich nicht. Ich bin tot, ne? Ich hab den Inzident schon. Ich wollte den Black abschießen und du bist mir in den Schuss gelaufen. Ich hab den Inzident schon. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich bin tot. Das ist toll für dich. Weißt du, wie ich gestorben bin? Das glaubst du mir nie. Warte, ich weiß es. Warte. Ja, ja. Dann schlappt es hier wieder irgendwas in den Chat rein. Nein, muss ich nicht. Komm rein. Oh mein Gott, au. Du bist nah. Mit dem Kastenwagen willst du es durchschaffen? Sag, bist du auch mal. Ne, da war so ein Flugzeug. Ihr kennt es ja, die so markiert sind. Bitte. What the fuck? Das ist ein Map-Bug. Geil. Map-Fall. What the fuck? Ich würde es jetzt echt wissen, ob wir jetzt in der Kolonne hier reinfahren wollen. So hin, bitte, fährst du. Achso, okay. Ich muss Anlauf nehmen. Ja, komm, so viel Anlauf bringt dir jetzt auch nicht viel. Gib einfach Stoff. Ich mach gleich Fahrzeugzug an keiner und dann fliegst du hier raus. Nein, okay, ich hab dich. Toiletten. Oh, geil. Ich hab grad so eine geile Toilette gefunden. Toilette. Weißt du, was das Geile ist? Auf der Toilette steht Trap. Mit dem Kastenwagen. Oder so. Ja, mein Gott. Nein, das ging irgendwie. Der Böse. Haaaah. 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 Hey Leute. Ja? Ich will ja nicht pushen oder so, aber kommt mal zu mir. Wo bist du? Wo bist du? Ja, ihr seid eh da in der Nähe. Fahrt mal rauf, ich hab da einen neuen Job eröffnet. Neuen Job, so so. Du bist eine netten Frau oder was? So für langfristig. Er ist Putzfrau geworden. Aber nee, kommt mal her. Er wurde von YouTube befördert. Er ist jetzt Putzfrau. Scheiß auf YouTube. Bin jetzt Putzfrau. Ich bin keine Toilettenfrau, ich bin Toilettenmann mehr. Alter, was soll denn das Scheiß? Warum bekommt ihr euch denn die ganze Zeit? Ich hab ihn jetzt voll no scope 360 gegeben, alter. Mit Pistole. Ich hab... Ich hab gerade mein Lieblingsort in ganz Los Santos gefunden. Der nehme ich jetzt als Lieblingsort. Die Toilette von nebenan? Von der Putzfrau, Johnny? Hä? Nein. Bin ich so... Nein Gott! Ey, wo bin ich jetzt gestoppt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zum Feind! Ich hab das grade aufgenommen. Oh mein Gott. Aua. Hey, ich werd' angeschossen, ich hab' da Angst gemacht. Ich bin nur nur der Putzner. das muss ich nicht mal bei dir anschauen, ich bin ausgestiegen und hatte diesen Sterbebildschirm, dieses Schwarz-Weiß mit den Balken irgendwie und bin dann einfach eingesackt. Ja, auch nicht schlecht. Also ich bin jetzt schon hier auf der öffentlichen Toilette, ich... Oh, das endet mal wieder im Chaos. Ich hab Sterne, aber egal. Oh, wie geil sieht das denn aus? Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott, ich bin tot. Tarp, lol. Ja, das geht Tarp und nicht Trap. Ich hab das Trap gelesen. Oh, jetzt muss ich wieder... Oh nein, er holt eine Waffe, er ist gemeingefährlich. Wir werden nicht pushen, aber ich hab ein Polizeiauto und bin gleich tot. Ja, ja, lass uns doch einsteigen. Oh, genau das passiert, wenn du in GTA 5 mit der KI spielst. Oh mein Gott, oh mein Gott, beschießt mich doch nicht. Hey, da ist der Sanchez. Erschießen. Geil. Wie tue ich mein Spiel neu? Ja, ich hab mich ja nie gemacht. Rebooten. Hast du die Steam-Version? Hm, hi. Hi. Oh mein Gott, mit was fährst du bitte rum, Benni? Dann weiß ich dies. Hilfe, ich werde erschossen. Das ist schön für dich. Das ist ganz toll, Prinzessin. Sehr schön von dir. Oh Prinzessin, was ist denn heute noch? Er ist Prinzessin, jetzt stört ihn nicht zusammen. Ich hab einen Stern. Ich hab einen Stern. Die Sirene klingt wieder instant scheiße. Okay, ich werde angeschossen. Ich fahr da jetzt weg. Du seid denn diese Partie alle weg jetzt vor mir? Oder fahr? Ich fahr nicht von dir weg. Ich versuch einfach jetzt wieder in die Militärbasis einzubrechen. Scheiß auf die ganzen Cops. Cops? 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 Scheiß auf das Rieselradl. Cops? Scheiß aufs Riechen! Oh, Fuck! Vur nicht pushen? Ja. Lukas, du wirst verfolgt. Ach nee! Hymko. Du wirst das nicht scharf machen. Hilfe! Ja, Alter, wie viel Power haben die Teile denn? Wieso rutschen die denn runter? Hau behindert. Oh oh pardon. Ja, glaubst du ich schaff's darüber? Nein. Grüß dich! Oh mein doch! Deswegen schaff saying ... aitствен种 geklappt. Cool, eh oh, nein! Nein, fuck! Ja, das hat mich aber kurz abgebremst. Ganz kurz hat mich abgebremst. Das ist unmöglich gemacht. Ja, ich komme. Ja, wir sind auch so. Ich bin nochmal in der Basis drin. Ciao, Leute! Ich bin in der Basis drin. Schauen wir mal, ob es den Chat gibt. Wie willst du jetzt darüber reden? Alter, Kurt, ne? Ich fang gleich wieder raus. Loll! Da war ein Yeti, Entschuldigung. Ach so. Okay, das war's mit mir. Leute, ich sterb jetzt. Das freut mich. Oh mein Gott. Wer fährt mir da entgegen? Ich hatte sogar falsch gemeldet. Doch, das darf doch nicht wahr sein. Darüber das schaffst du, glaube ich. Unglaublich, dass ich das nicht überlebt habe. Selbst mit Falschhirn. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Mega. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja. Noch ein paar Meter. Wir haben's gleich geschafft. Ich schieb schon mal, ne? Du, noch ein paar Meter. Noch ein paar Meter. Gleich haben wir's gepackt. Gleich haben wir's wieder geschafft. Das sind von uns irgendwer schaffen wir. Schieb, schieb, schieb. Wir haben's fast. Ja. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das machen wir locker. Mal sehen, ob wir's jetzt hinkriegen. Äh. Ne, ich steig aus. Hat wer nen Cargobob am Arsch? Ja, ich frag mal den Cargobob. Der stellt den mega bedrohend da, ne? Der hebt dich immer auf. Der kam überhaupt auf den Namen Cargobob. Ja, ich bin endlich drin. Naja, der Typ ist Bob Cargob. Weißt du, vor Lachen hat er gerade den Abzug gedrückt. Hab ich echt? Hab ich echt? Weißt du, bestimmt ist einer von den Entwicklern Bob. Cargobob. 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 Ich stelle mir grad so Entwickler vor, der wirklich so Bob heißt, in dem sie dann mit ihm aufgezogen haben, Cargobob. Oh mein Gott, das werd ich nie überleben. Das werd ich nie überleben. Na ja, wollen wir mal die Folge beenden? Nee. Ja, doch. Nee. Nee, du nimmst ja nicht mal hoch. Ja, ja, eben deswegen. Ja, dann rennen. Also mal, ich will die Folge beenden. Und jetzt trägt er einfach so voll kaputt. Du fluchst du zwei Schuess? Mit der fetten Sniper? Ja, er ist gelernt. Seine Mutter war französischer Mutter. Einfach nicht zufrieden, Alter. So, jetzt können wir den, den wir beenden. Das war ganz wunderschön. Ja, gut, Freunde. Dann, ja. Hau rein, bis der Vollsplitter. Scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße. Du bist scheiße, Kurt. Nein. Nee, also, eh. Hau rein, bis der Vollsplitter. Taurisieren! Chill! Daumen nach oben! Abonnieren! Und neuen Account erstellen! Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.